ein herzliches hallo von mir an euch ich dachte mir es wird mal wieder zeit für ein bisschen killer aber ich weiß nicht so richtig ach naja mal sehen wie ging das mach hier mal ob wir es die einfach eine auch da hat jemand objekt auf obsession dabei alles klar kann ich habe eine einstecken ja es wird wieder zeit für killer dachte ich mir und wir spielen ein bisschen objekt auf obsession ist dabei ich bin gespannt anderen tollen hier rum oder was wird das genau hier ist objekt auf obsession wir versuchen mal unser glück der tat alles klar ja vielleicht ist das auch übrigens das letzte video mit diesem in game hat das heißt ja wahrscheinlich am 2.2 kommen das update patch meine ich mal sehen ob es tatsächlich die änderungen gibt die gesagt wurden es wäre cool wenn die leute in die fallen laufen weil ich habe wie heißt es mit stein schleif stein ich habe was dabei dass die dann im todesstatus sind wenn die sich aus den fallen freien ich habe aber das wird mit der gruppe ein bisschen schwierig die scheint schon ein bisschen ahnung zu haben ich platziere die fallen auch wirklich random ich muss halt bedenken es gibt halt eine die mich sehen kann es gibt hier eine die sieht wo ich bin was ich tue zum beispiel ich habe gar nicht aufgepasst ich habe sogar verbittertes gemurmel dabei das heißt wenn irgendwo ein jennern geht sehe ich wo die leute hingehen aber ich habe halt einfach nicht hingeguckt ich tüdel sie halt die palette meine güte so sehe ich irgendwas wegen der an haken sabotiert alles klärchen alles klar hier ist glaube ich die mac ist hier vorne geblieben ich würde halt gerne mal eine aufhängen rein in die falle lauf in die falle dort liegt eine falle aber ja verdammt cool jake hey jetzt nicht die palette ziehen hinter mir danke ich habe einen am haken ich bin so stolz ich habe schon so lange kein dvd mehr gespielt also als killer ich freue mich darüber hier war erst hier lohnt sich eigentlich pop überhaupt nicht so wird geheilt hier sieht natürlich dass ich komme hier hier hat jemand eine taschenlampe bin ich aber nicht in ordnung da läuft wer weg hier ja 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 jaja jaja Jahjaja oh jaja jaja Hatt getybackt Er ist halt wirklich einfach weitergelaufen. Sein Ernst. Ähm, ich glaube nicht, dass er nochmal in die Falle läuft. Muss er auch gar nicht. Ähm, wir haben halt einmal Pop jetzt verschwendet. Ich habe gerade null Überblick, an welchen Generatoren die überhaupt arbeiten. Flüdie ist weggelaufen. Ich lege auch nicht wirklich viele Fallen, muss ich sagen. Ich bin eigentlich ein schlechter Trapper. Mein Job ist es, Bärenfallen zu platzieren. It's my job, Leute. My job. Vielleicht kriege ich die irgendwann mal. Äh, Angsthase. Jetzt halt ich weggedeadhardet. Sorry, Jake. Aber weißt du was, Jake? Ich nehme dich jetzt raus. Es tut mir echt leid. Vielleicht hast du noch einen Strike. Ähm. Es sind schon drei Generatoren an. Du hast mich geteabagt. Das ist die gerechte Strafe. The Tried war hier halt irgendwo. Guck mal an. Sie springt wieder zurück, oder? Sie ist Object of Obsession. Ah, nee. Äh, nee. Quatsch. Nurse is calling. Deswegen habe ich sie gesehen. Vielleicht kriegen wir sie auch noch weg. Object of Obsession hofft da irgendwo rum und macht nichts. Das ist ja erstmal für uns nicht so schlecht. So, Object of Obsession ist hier irgendwo. Ach, Meg. Was läufst du denn in die Falle? Wie bitter ist das denn? Ach, Meg. Mensch. Scheide, dass hier hinten nicht der Keller ist. Ich hätte sie so gerne in den Keller gehangen. Oh, lololol, Meg. So, jetzt ist mal die letzte Person gefordert. Ich könnte halt hier jetzt Traps legen. Aber nur weil die so böse spielen, spiele ich nicht so böse. Ist nix. Warum, der ist weg? Okay, Dwight. Wir machen erstmal ein Jen an. Deine Mates hängen ja nur. Ist nicht so schlimm. Wir können uns jetzt hier ein bisschen jagen. Oh, macht das Spaß. Jetzt aber schnell, Dwight. Schnell. Oh nein, ich wollte Dwight treffen. Nicht so schlimm. Ich krieg ihn noch. Irgendwann. Er zieht. Meg hat bestimmt sogar noch Geliene drauf. Schade, die Falle steht nicht. Ausgedrackst. Ausgedrackst. So, die wird halt blenden wollen. Also schnell nach oben gucken. Jetzt haben wir ihn auch endlich mal. Nehmen wir die Palette weg. Die Meg wird direkt retten. Sag ich doch. Der Meg, also... Wo ist du denn hier hin? Oh, Meg. Das sitzt aber bitter. Ich bin ein bisschen böse, ich weiß. Aber die haben mich getrollert. Da muss ich zurück böse sein. Oh ja, da ist eine Falle mit Claudia. Vielleicht willst du in die Falle laufen. Wow. Server, das war... Das war gut. Der war eigentlich voll drauf bei mir. Oh. Wie Sixty und so. Das Dead Hard war gut. Ich war schon voll drauf. So, der Haken ist ja weg. Stimmt ja. Da ist ja leider die Meg gestorben. Wenn sie jetzt stirbt... Ähm... Ja. Dann findet der Dwight jetzt wahrscheinlich die Luke. Aber dann ist es so. Wen haben wir denn hier? Shit. Oh! Oha! Oha! Ich dachte, er ist hochgegangen. Er hat die Luke nicht gehört. Er hat aufgegeben. Cool! Toll, jetzt liegt er in der Falle. Kann das sein? Er hat aufgegeben! Leute! Guckt mal, wie schlecht die Runde angefangen hat. Und ich einfach... Drei Generatoren verloren habe. Ohne irgendwie vorwärts gekommen zu sein. Aber vielleicht sollten die Leute mal nicht so überheblich sein. Oh. Das ist mein Wort zum Sonntag. Ähm. Ja. Wir haben eine Runde Trappy gespielt. Und wir haben es geschafft. Wuhu! Wuhu! Ja. Dabei sind, glaube ich, nur maximal zwei Leute in Fallen gelaufen. Das war eigentlich... Als Trappy eine schlechte Leistung, muss ich sagen. Ähm. Ja. Ich, ähm... Verabschiede mich aus dieser Folge. Wir haben eine Runde Killer gespielt. Ich bin immer so nervös vor den Killeraufnahmen. Ich möchte es halt nicht verkacken. Aber ich habe es nicht verkackt. Und wie gesagt, vielleicht findet... Also was heißt, vielleicht findet das nächste Video statt? Das ist falsch ausgedrückt. Das nächste Video wird stattfinden. Aber vielleicht schon mit dem neuen Interface. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber es ist, wie es ist. Ich sage tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund. Und sehr gerne. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.